Willkommen wieder Minecraft Course mit Tobi und die Stars. 24 Stunden Livestream. Tobi und die Stars, danke dir Digger. Es ist gerade 8 Uhr, also wir haben noch 4 Stunden. Im Chat sind Firefix, Marlon. Jungs, die Runde wird Real Talk. Es ist zu wild. Es geht auch gleich los. Leider Gottes. Jungs, es wird fresh. Okay, Team wird sogar ausgeglichen. So, ich muss direkt meine Crest machen. Ich habe ein paar Giga Loser Crest bekommen. Oh nein, Marlon, jetzt wird wieder Auto Jump an. Marlon, beim Clip war ein Fehler. Ich kann ihn mir nicht angucken. Ich muss jetzt... Ihr wisst, ich werde jetzt wieder Crest befolgen. Ganz kurz. Ich kreffe ihn auch so auf den Biss nicht. Was ist denn das? Warum trennt sie nicht? Ja, vielleicht kreffst du ihn einfach nicht. Nadien, kreppst du. Ja, okay, gut. Das hast du gut kombiniert. Äh, so. Wer denn? Tobi hackt, es ist richtig. Ja, er hackt. Nein, aber ich bin ehrlich. So, Leute. Ich muss nämlich auch... Ich muss nämlich... Wie immer die Leiter Crest, Jungs. Äh, weder ist der AK oder kein Aul. Machst du Scheiße. Oh, stimmt. Die Treppencrest habe ich auch noch. Irgendwie bin ich alleine. Ich komme. Perfekt, Jungs. Perfekt, Jungs. Mist. So, ich baue mich jetzt diese vier... ...möse ich den Dinger wieder hoch und hoffe, dass ich einfach nicht abgeschossen werde, Dinger. Das war so toll. Ja, Entschuldigung, aber ist ein Fehler. Auf den Drehmann kann ich nicht sehen. Ich baue schon mal Leitern, Warte. Perfekt, Jungs. Die schießen mich einfach runter, top. Hier, ich mach schon, Malt. Ich mach schon. Jetzt müssen wir einfach hoch und runter klettern. Das ist echt... Das ist geil. Tobi, halt richtig, was die Crest. Wir hast ja nie Crest richtig. Könnt ihr einfach nicht mal mit spielen? Danke. Ich war ehrlich. Ja, mach mal. Nee, ganz ehrlich. Wir hast ihn doch gleich richtig mit. Perfekt, hab's geschafft. Boah, Alter, hättest du wirklich verlassen hast, Tobi. Ja, wie? Oh, Tobi, wie bist du denn jetzt so toxisch? Ja, wir werden dir nicht mitmachen. Tobi, es ist nichts passiert. Dann kannst du jetzt schon fertig. Jetzt, wenn du spät, ne Warte runter. Nein, Tobi ist gerade müde. Das ist okay. Ja, ich muss schon eins, Tobi. 20 Stunden wach bleiben. Also, das kannst du nicht. Du musst nicht. Du hättest auch schlafen gehen können, Tobi. Nein, er hat sich getrunken, wach zu bleiben. Stimmt allerdings. Hast du's? Ja, gut, dann. Soll ich die Dämonen kurz lessen? Ach, TTC spielen. Okay. Oh, nee, auf TTC hab ich gar kein Bock. Ich auch nicht. Da spielt kein Stein. Spiel doch wahrscheinlich keiner. Nur im Organe spielt niemand irgendwas. Alle spielen in Skywars. Ich glaub, du bist ein bisschen lauter. Ich mach gleich nochmal leiser. Perfekt, Jungs. Jungs, danke. Danke euch. Leute, ganz schnell, ganz schnell. 300 Sekunden Gun-Gamer uns, damit wir uns die ganze Zeit aufregen. Okay, gut. Ich geh hier lang, kommst du mal mit. Wobei, nee, ich kann erst nachher traurig sein. Nein, da bin ich. Abwieser, Team. Wir können nicht. Wir können einfach weiter so zu schlagen. Löscht euch. Ich bin down. Wer jetzt cooler ist, hat gewonnen. Okay, wer jetzt cooler ist, ist cooler. Ist das eine Ansage? Das ist eine Ansage. Echt? Hier lang, kommst du mal mit. Digga, hacken. Scheiß, Kinder. Komm, Tobi, lass dich mehr erkunden. Hier, komm, hier. Da. Ja, scheiße, ja. Ja, bist du scheiße, Malte. Reiner, rein. Einfach rein. Ich hasse Leute. Ich hatte Menschen, ich hatte erhöhtes. Oh, Jungs, der hat Leder. Lass auf den Leder, Dude, gehen. Okay, lass auf den Leder, Dude, gehen. Ich hab einen mit Leder, das war Zauberkult. Leute, ich hab Holzschwert. Ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Ja, ich hab's okay. Jungs, ist das episch, ist das episch. Ich hab auch Schwert. Ey, ich bin superwürfel, wie in den Spielmodus. Ich bin auch superwürfel, wie in den Spielmodus. Also, der ist viel zu kompliziert, Jungs. Ey, ey, was tun wir hier, Leute? Du hast Leder, Mann, getöntet. Ja, bitte, hier ist Kitty Cack. Wir sind in der Party und wir können, wir können sich gegenseitig angreifen. Wir müssen, wir müssen miteinander, wir müssen in ein anderes Team, ne? Oh. Ach, scheiße. Also, einfach rein, Brügel. Leder, Mann, farmt er einfach ab, ne? Der farbt uns einfach ab. Ich hab jemanden mit, voll Gold geholt. Ja, ja, klar. Ja, aber du ins Wasser schubst, ist ja nicht das Ding, ne? Ey, ich hab ein gutes... Ja, ich hab ein gutes Ding. Ich bin krank. Ah, ich hab einfach nicht drüber reden, okay? Warte, komm, wir gehen hier lang. Warte. Warte, warte, ich will noch kurz... Warte, komm, wir gehen hier lang. Okay, hier. Komm, 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 komm. Ja, wir können wir erobern. Komm, wir haben jetzt... Okay, wir gehen erobern, Tobi. Jungs, das ist jetzt unser Gebiet. Das ist jetzt unser Staatsgebiet. Die dürfen nicht, okay? Die Kott dürfen einfach nicht. Wir halten die Grenzen dicht. Wir halten die Grenzen dicht. Wir halten die Grenzen dicht. Okay, niemand will auf unser Staatsgebiet. Jungs, das ist ganz traurig. So, wir müssen jetzt wieder die Tür bestößen. Ich kann die Grenzen nicht ausbrechen. Ich kann die Grenzen nicht ausbrechen. Ich kann die Grenzen nicht ausbrechen. Okay, Grenzen dicht, Grenzen dicht, Jungs, Grenzen dicht. Jawohl, wir kommen. Malte greift gerade andere Grenzen an. Gut. Auf die andere Grenzen, Jungs. Ich muss erst mal regen, Jungs. Ich bin gemobbt, Jungs. Wir dauern Jungs ehrenlos. Wir haben die Räufe am Tobi-Shirt. Mati, du kannst gegen die nichts tun. Ich geh jetzt hier, Alter. Hol rein. Was macht ihr? Also, eigentlich spielen wir gerade eben ein Gun-Game. Weil wir große Loser sind. Wir warten, bis wir Core spielen können. Weil wir tatsächlich ganz, ganz große Loser sind. Boah, perfekt, Jungs. Einfach reinprügeln. Ich bin in den Wasser gesprungen. Ja, du den kriegst du, Arschloch. Ich habe zwei. Ich werde dir auch gekriegt, das Mati. Ich habe ihn nicht gekriegt. Alter, doch, ich habe ihn gekriegt. Nein. Ich bin so irre, nur so. Guck mal, der war da rüber. Ja, kriegt es nicht. Halten, 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 Jungs. Halten. Halte, halte die Insel, halte die Insel. Er kommt, er kommt. Boah, Leute, Meilenbergs hier. Hab ihn. Hinter uns, hinter uns. Halten, 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 halten. Ihr fühlt den, holen wir es nochmal auch noch. Nein, ich habe mich runtergeschubst, Jungs. Sie haben mich runtergeschubst. Ist nur gut. Wir müssen das Gebiet halten, Jungs. Wir müssen das Gebiet halten. Ich habe nur noch eine Holzachst. Leute, das Gasgebiet ist verloren. Ich habe jeder Rüstung. Leute, soll ich gucken, ob wir Core spielen können? Nein. Ich habe Lederrüstung. Nein, ich habe nur Leder. Ich habe nur Stein, eine Holzachst. Jungs, komm, komm, komm. Nein. Staatsgebiet sichern. Alter, nicht mal unser Staatsgebiet. Wow. Wir haben unser Staatsgebiet verloren vor Jahren. Wie ist denn das, unser Staatsgebiet? Hier, wir haben ein neues Staatsgebiet. Leute, wir sind zu fünf in dieser Runde. Nee, zu sechs. Perfekt, Jungs. Aber wir haben die coolsten. Hab ihn. Sehr gut, Tobi. Sehr gut. Du bist unser Tank. Wer kommt denn? Perfekt, ich bin ins Wasser gesprungen. Leute, es ist wieder zu alt. Nein, 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 nein. Wir halten das. Wir halten das. Ich bin wieder ins Wasser gesprungen. Perfekt, Jungs. Alle geile auf den Kehl. Aber keiner kriegt ihn. Weil keiner gut ist. Wir haben gar nichts gekommen. Aber Jungs, der hackt. Hackt er full. Scheiße. Da wäre er die ganze Zeit auf dem drauf geschenkt. Warte, du bist so schlecht, Alter. Jungs, wenn er einfach uns killt, hat er. Hat er. Hat er. Er kriegt er wieder full. Jungs, wir geben ihm die ganze Zeit. Nein, oder zehn Sekunden. Ja, toll. Sollten wir ein neues Staatsgebiet suchen. Ja, ich dachte, es ist gut. Wir haben einen Ton. Jungs, hier ein neues Staatsgebiet, Jungs. Jungs, ich bin auch ein bisschen mühlich. Ich bin ja noch nicht auf 100% meiner Leistung. Der Krasse kommt, der Krasse kommt. Lauf, lauf, lauf. Jungs, ihr müsst doch helfen. Leute, wollen wir im Chor spielen? Nein. Habt ihr euch natürlich von Gang-Game überzeugt? Ja. Ey, Leute, ich werde die ganze Zeit durchgekickt. Leute, mein Rekord, Lerikord ist zwei. Perfekt, meiner auch. Man kann gegen die nicht tun, Alter. Komm, lass mich jetzt hochpushen auf die Mann. Ja, lass ihn hochpushen. Ja, lass ihn hochpushen. Ja, lass ihn jetzt hier. Ey, ich schaff da irgendwie einer runterzukriegen ins Wasser oder so. Das wäre krass. Das wäre krank. Wäre wirklich krass, ne? Aber es würde uns gar nichts bringen. Der Typ wäre trotzdem viel mächtiger als wir. Er hat schon einen Stein, Alter. Was soll man mit tun? Vielleicht hätte ich auch einmal, du geile Free-Kills. Aber echt, ne? Alter, er hat Eisenwurst. Er hat... Er hat ihn fast. Er hat ihn fast. Er hat ihn. Ja! Hatten wir ihn? Nein. Den pushen wir auf dir hoch, Leute. Den pushen wir auf dir hoch. Wir pushen wir auf dir hoch. Dann ist er... Ich weiß, dass du magst kommen, den Server so sehr. Weil wir rein die ganze Zeit nur reinlassen und verrecken, ne? Ja, beim Muskeln. Ja, er ist im Wasser, ist im Wasser, Jungs. Er ist ins Wasser gegangen. Hat richtig gelitten, hat richtig gelitten. Hat richtig gelitten, der Typ. Ich kippe die alles wieder. Noch einmal ins Wasser, dann leidet er richtig. Ich glaube, er würde Respekt vor uns haben, wenn wir ihn erstmal adressiert haben. Einfach ins Wasser, Jungs. Einfach ins Wasser, dann hat er... Ja, ich sterbe die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ich hasse Gommen. Nein, Gommen ist der beste Server. Beste Modus wollen. Ich spame gerade nur an die hierin. Er hat schon Iron. Digga, einfach alle gehen auf ihn, aber der klirrt alles. Das ist echt ganz peinlich, Jungs. Leute, er hat full Iron verzaubertes Eisenschwert. Dann kann man ihn mal eins töten. Gefühls. Ja, ja, ja. Jungs, alle warten, 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 warten. Nicht alle zusammen. Alle zusammen, alle zusammen. Wir warten hier, wir warten hier. Okay, die killt nicht da hinten. Go. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Hat nicht geklappt. Ja, Jungs, erst was für dir. Leute, erst was für dir. Leute, erst was für dir. Jungs, einfach ins Wasser. Ich hab dir hochgeputscht. Einfach ins Wasser, dann verlierst du ein komplettes Level. Mateo, ich komme jetzt selbst. Wow. Von verschiedenen Posis, Jungs. Sein Name passt jetzt zu ihm Opfergabe. Leute, ich wurde zu Opfergabe 67. Ah, scheiße, Jungs, er war fast im Wasser. Er war fast im Wasser. Wir müssen ihn wirklich mehr pushen. Leute, der hat insgesamt schon 60 Mal gekillt. Jungs, wir müssen ihn wirklich mehr pushen. Also mehr, 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 ne? Warte, wirklich. Ich glaube, wir haben alle geile, geile Schauen mehr. Wir wollen ihn einfach nur hochpushen. Wir wollen einfach nur, dass er richtig krass wird. Ich glaube, er ist Max, ne? Er ist Max. Er kann auf den Kopf nicht höher. Auf hoher, auf hoher, auf hoher, auf hoher, auf hoher. Einfach hoch. Nein, jetzt wird er gesehen, er wird gierig, er wird gierig. Wir können nicht Wasser. Ich hab... Leute, wollen wir nicht irgendwie einfach Chor spielen? Nee, nee, nee. Nee, nee, der heilt, der heilt mich einfach vor, Jungs. Wir hassen die richtige Leben runter, pass auf. Mate, ich hab immer noch nur eine Holzachse. Das ist wirklich krass, wie viel Hasen das hat ich überhaupt. Alle zusammen, wieder, alle zusammen. Okay, auf hoher. Ich hab zwei jetzt gegeben. Ach krass, zwei jetzt, ich hab die ganze Zeit fünf. Er stirbt nicht. Wir machen den zwei, Jungs. Sehr gut. Alter. Ich hab drei jetzt gegeben. Ich hab zwei jetzt geballert. Oh, Jungs, er hat nur noch fünf Leben, Jungs. Er kriegt wirklich immer weniger Leben, ne? Wir haben noch zehn gesteckt, er hat nur noch fünf runter. Ich hab mich. Ja, wir haben einfach fast. Immer konstant drauf, immer konstant. Ich hab die ganze Zeit aus. Auf vier, Leute, er ist auf vier. Ich hab auch die ganze Zeit aus, wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Er versucht zu fliehen. Leute, wir sind zu krass. Er geht ihm unter vier, Jungs, Jungs, das ist unser, das ist unser, das ist unser Kill. So, wir haben so noch nach hinten gearbeitet. Das ist unser Ding. Wir sind hier extrem scheiße. Warte, warte, warte. Wir müssen hier mit. Auf zwei, er war auf zwei, Jungs, er war auf zwei. Aber Hauptsache, ich hab einen Clan. Ja, Mann, es geht. Er flieht, er flieht, Jungs, er flieht, er flieht. Oder weißt, dass wir krasser sind als er. Er will recken, er will recken. Schafft er nicht, schafft er nicht. Einfach rauf, einfach rauf. Ja. Nein. Ja, nein. Scheiße. Er hat zwei Leben, er hat zwei Leben. Eins, 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 hoch. Na, Jungs, das ist knapp. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Aber ich stecke im Spitzfest. Alle geht rauf, alle geht rauf, alle geht rauf. Er wird zwei, er wird zwei, rauf, rauf. Ja. Ja. Ja, wirklich. Jungs, er hat immer noch voldier. Rauf da, egal. Das wird zwei, drei. Jetzt hat er nur noch neun, easy. Jungs, wir machen den fertig. Leute, Leute, wollen wir nicht einfach Quark spielen? Nein. Das ist dumm. Ach, das macht Spaß. Nein. Ich meine, das macht Spaß. Er ist der übelste, ihr wisst ja mehr. Das ist, das ist wieder Typ, das ist jetzt irgendwo druckig hier. Er tut nur so, als wäre gut. Er ist echt Propaganda, Ulf. Jungs, ich habe, wir können, wir können versuchen, uns gegenseitig hoch zu leveln. Mati, wir sind verschiedene, wir sind in einem Team. Ich kriege von hinten immer die ganze Zeit jetzt. Irgendwer geht von hinten immer rein, gibt mit. Ja, der, 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 der Rote. Hab ihn. Nice. Ehre, 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 Ehre. Ich habe ein Holzfeld, ich habe ein Holzfeld, jetzt muss ich laufen. Jungs, Jungs, der, 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 wir kriegen... Ehre, Ehre, nur noch Eisen, nur noch Eisen, Alter, geil. Wir machen den wieder echt lang. Wir haben zum Erfolg gebracht, aber jetzt machen wir ihn lang. Jungs, 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 ey, das ist, das ist... Oh, Jungs, 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 ich habe ein 3-Hits gegeben, ich habe ein 3-Hits-Kombo gegeben. Jungs, wie jeder auf ihn geht, Alter, Ehre. Ist total geil, Leute, ist total geil. Wir müssen ihn ins Wasser drücken. Okay, alles zusammen. Okay, alles zusammen. Hallo, Frau Mama. Warte. Ehre, Allah. Ehre. Ganz kurz, Leute. Sehe, das hier. Ja, Meitens. Marcia lachen heute. Dankeschön. Ehre. Wenn sie aufmachen. Dankeschön, Herr Partner. Nee, 10 von 10, Jungs. Danke schön, Frau Mama. Dankeschön. 10 von 10, Jungs, wir müssen killen. Der Astante ist ja besser als 27. Wichtig? Ist das toll? Ja. Ja, Meitens hat mich wachgehalten. Darum habe ich auch kein Gefühl. Und Malte hat die ganze Zeit aktiv geschrieben. Hat er es gehört? Hm? Nicht? Mach's denn. Mach's denn. Mach's denn, Malte. Malte, ich weiß, wie er trinken will ich nicht. Malte, ich wollte einfach Chors spielen. Ja, okay. Ich bin schon einfach Chors. So, spielt irgendwer Chors? Nein, Labi, da machen wir einfach in den Partium. Leute, es spielt keiner Chors. Keiner? Nein, das ist sehr traurig. Leute. Leute, wir müssen alle Team Roach. Ch-ch-ch-ch. Team Roach. Ja, wir sind Pferd gut. Sehr gut. Team Wopper. Weil diese Brötchen, die sind extrem Brötchen. Das ist auch. Ich gerne essen, aber ich kann nicht. Ja, weil wir müssen Chors haben. Das ist ja mal eine Mongasche. Und jetzt geht's in den Trittor drauf. Kriegt ihr, kriegt ihr? Nein. Wir kriegen's. Ich komm. Leute, Leute, bist du wieder da? Ja, gut, gut. Der Chor ist weg, der Chor ist weg. Die sind bei beiden, die sind bei beiden. Gut, sie haben beide Chors. Nein. Meine Nelle Runde. Also ich will kurz sagen, wie er da ist. Nein, oder? Es ist... Nein, er ist nicht da. Er ist nicht da. Er ist nicht da. Meine Nelle nicht da. Ich bin nur. Das ist ein kleiner Achterer. Das ist Jonas. Ich hoffe nicht, weil ich dann am Abendessen mehr dabei habe. Vielleicht kann ich nicht. Leute. Ich habe direkt nicht verstanden, aber okay. Leute, die Runde ging 40 Sekunden. Ja, die waren einfach gut. Wir müssen gleich essen und danach eventuell einkaufen. Ja, Matti, die waren einfach schlecht. Und Gucke-Klang? Ah ja, okay. Jetzt habe ich verstanden. Die Runde da oben bist du voll. Team Rot, oder? Und Easy. Jungs. Fühlen Sieg. Ja. Fühlen Sieg. Malte, wo bist du? Wieso? Ich bin nicht drinnen in der Runde, top. Ja, Matti, du bist wahrscheinlich in der Runde, oder? Nein, du bist auch drinnen. Na gut, die Runde ist voll, ne? Wie seid ihr meine Einkaufen, aber der Pate, Alter, nicht. Weil du loser bist. Warte. Perfekt, die Runde. Danke, danke, Alter. Da war niemand drinnen. Voll einfach, Alter, ich könnte es spielen. Da. Da hat ein Zeil drin. Das sind ihr. Wer hat denn mal drinnen? Vielleicht kommen irgendwelche anderen Leute dazu. Das ist wer anders dazu, Malte. Einer, das reicht mir nicht. Da. Bostig, der geht echt. Noch lieber dazu, Malte. Komm jetzt rein. Warte. Komm jetzt. Ich seid mir gar nicht nachgesprungen. Jetzt komm. Ich bin immer noch so interessiert, Alter. Ja, weil einer weggelang ist. Ich hab uns eigentlich gerade in der Runde geteilt, Piet. Wo ganz viele Leute drin waren, aber sie hat uns irgendwo nicht nachgesprungen. Ja, weil es nicht weit ist, das geht. Das verboten ist. Ja. Das verboten, Malte. Hey, das ist cleverer Brust. Das Basti AG, der Allerechte. Man, ich glaube, man kann, nur wenn man selber kann, glaube ich, Waschheim abrufen. Nur man selber kann Waschheim abrufen. Oder? Ja, geht das auch? Ey, Leute, das geht auch? Ey, cool. Ich bin hier, ich bin hier. Leute, will jemand in meinen Sushi-Laden kommen? Was? Will jemand in meinen Sushi-Laden kommen? Ich komm in meinen Sushi-Laden, wo ist dein Sushi-Laden? Mati, Sushi-Laden. Wo ist denn der, Jungs? Da. Okay. Jungs, wo ist der Sushi-Laden? Bist du dumm, Mati? Hallo? Singsong, Hallo! Ich bin der Badger! Du willst du dumm Lies? Das könnt ihr mal aufnehmen, zu Bain, wo soll das Sushi-Laden? Oh, bist du dumm, Mati. So wie geil ich immer was herführen? Also, ich werde, warte, ich will nicht mich selber ausführen. Ich will Lies. Lies, ich bin's bester. Malen, Mati! Ich will kaufen ihn da, ich kack in deine Küche So ein wilder Kommt rein, kack in dein Waschbank und geh wieder raus Ich kann alles, du kannst alles, du kannst wirklich alles Steht nicht im Gesetz, steht nicht im Gesetz, ist nicht illegal Ich bin jetzt auch heute eine Luffyroller Ich bin eine Luffyroller und drehe mich 11 Stunden, ey, Jungs, das ist so krass mit den 11 Stunden, müsst ihr euch mal vorstellen Auch alles echt sehr, sehr wild, ne? Ich glaube, es wird nie mehr mehr kommen, ne? Doch, es wird nie mehr kommen, die kommen gleich Doch, es ist ja nicht mehr gekommen, MC Tobi Jungs, MC Tobi 07 MC Tobi 07 Der Allerechte, Jungs, der Allerechte Und der Kugel, wenn ich den Test schreibe Ich halte Jungs, und B99, sind in dem Spiel auch beigetreten Okay, B99, das Spiel auch verlassen Digga Glinda Servus Ich glaube, wie am Morgen sind wir gerade noch nicht genug Aber, also, wir sind jetzt, werden jetzt Marlon, du Ich Malte Tobi, das sind 5 Leute, ich kann zählen Das ist noch nicht genug, aber Servus, Linda Schönen guten Morgen Ist auch müh, zu sagen, schönen guten Morgen Wenn man selber nicht schlafen und heute irgendwie noch das gefühlte selbe Tag ist Irgendwann ich drüber Ja Mein Cousin kommt heute zu meiner Nacht Nachbarschaft in Gefahr Irgendwann ist ganz, ganz groß, einfach deine Nachbarn So Wer mag Geld? Ich hab kein Geld Ja, du kriegst auch Geld Ich sehe vielleicht aus, also gefühlt sehe ich, also meine Augen ein bisschen Aber sonst, sonst fühle ich mich, sonst fühle ich mich kunterbunst Sonst fühle ich mich zu Hause Ich hab ja noch hier 2 Stunden, hab ich mich übelst tot gefühlt Und jetzt geht's wieder vor euch Noch 4, noch, ähm, 3,5 Stunden, Jungs, dann haben wir's Ja, aber nicht Dann bin ich 4,5 Stunden lang Ja, 4,5 Stunden lang Hast du einfach so wenig geschlafen? Wie kommst du drauf? Ganz, ganz slow Jungs, Jungs Okay, perfekt, Jungs, es kommt wirklich keiner rein Könnt ihr in eine Runde gehen und dann in einen anderen Modi? Ja, warte, ich geh in einen anderen Modi Wollt mir nicht um 9 Uhr machen? Ja, aber es ist, also wir momentan sind nicht genug Leute da Weil die Kugel kriegt nicht um 9 Uhr kommen? Hm Es ist noch nicht um 9 Uhr No, klar Oh mein Gott, Workout Oh mein Gott, Schock Scheiße Hey, mein, ich will das sprechen, was ich mein, komm ich Halt Oh, ne Ich bin team rot Ne, ich bin team blau Das macht ihr Was macht ihr? Ja Okay, du kennst die Taktik Warum bin ich alleine? Ich kenn keine Taktik, ich fress mich an meinem Bruder Oh, Jungs, Skywars Ich bin clever Brüsch Sag mal, was wir tun, sag mal ganz kurz Ganz kurz Ihr seht ja, was mich stört, ne Ja, hier, ich muss mich ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz um ihn kümmern Ich weiß, woher er kommt Weiß noch nicht, wie ich ihn beseitigen kann Was labert, warte ich schon wieder? Ich meine nicht, was er labert Ich muss etwas beseitigen, was nicht dahin gehört, wo es da ist, wo es ist Dein Gesicht? Weißwitzweise Nein, jetzt hast du nichts Mach mal kurz Bet zu Also, du fühlst zu fast blutschen, hast du gar nicht los verkackt? Kann ich lesen, Tobi, kann ich lesen Ja, Leute, Tobi, wir haben verkackt Tobi, der kommt rüber Er ist da Tobi, ist ein guter Barrow-Spieler Jungs, mein Typ hat Basse-GA-G-Scan, ich kann nur gewinnen Ich hole Eisen, Tobi, ich hole Eisen Ich weiß, ob ich mitmachen sollte, er einfach nur runter Ich brauche Betten ein bisschen rein Bisschen nicht Hier brennt irgendwas, Leute Ich bin wieder ganz verschmort Dein Gesicht Tobi, da kommt ein Gelber, da kommt ein Gelber Hab ihn runtergekriegt Oder hab ihn jetzt runtergefallen Egal, egal Tobi, ich hab einen Bogen Tobi, ich hab für uns beide Bögen Perfekt, Jungs, der Typ hat mir einen Bogen gegeben, aber keine Pfeile, top Irre Mann Irre Mann, du darfst bleiben Tobi, hier Tobi, hier Tobi, Tobi, liegt, 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 Tobi Okay, gut Jungs, ich kämpfe gegen alten Dehner-Skin Lassen Also Guck mal, hier kann ich Leute runterfließen Wie kommt der Eisen, Steve und töte dich Hab ihn geholt Komm, lass auf Maddy schießen Hör auf, mich zu schießen Tobi, wir müssen, wir müssen die Runde dominieren, okay? Nee, die Runde nicht dominieren Ich hab einen Typen, der einen G-Skin Weil der den BASD-Skin Sehr ehrlich, ich entschuldige BASD-Skin Tobi, sichern mal die Brücke Ich sorge dafür, dass der Staatsapparat am Laufen bleibt, okay? Sind wir Team Rot? Nee, wir sind Team Blau Ja, der Team ist wieder gestorben Maddy, was machst du da? Maddy, verreckt man die ganze Zeit? Maddy, verreckt die ganze Zeit davon Hat er verdient? Ja! Ja! Ich wollte das erste Mal bei Ich war richtig konzentriert Ich war richtig konzentriert Und jetzt muss ich ohne meinen Skill raushalten Ich hab nichts gesagt Von dem Teil gesehen Ich hab total verkackt, das war echt unangenehm War echt unangenehm, Jungs Komm, Maddy, mach weiter Sehr gut Jungs, ich glaube, mein Teamkamerado ist absolut enttäuscht von mir Ich glaube auch Ich bin einfach runtergelaufen Was ist los mit mir, Alter? Wir müssen mal wieder Progues machen Ja, genau, Progues Ich bin einfach runtergelaufen Ich bin gerade auch in den Tor gesprungen Top, Jungs Aber ihr habt irgendwas nicht bemerkt, Kopfhade, du mit mir Ja, wahrscheinlich Welches Team bist du grün, ne? Du bist gerade auch eigentlich auf eine neue Info Ne? Von wem? Mati? Ja? Hast du das Blatt für den haben? Von wem? Von gelb! Bei blauem? Was? Geht ab, hau ein Bett Malte, bist du dumm? Oh, jetzt rüber Oh, du Ah! Du Schwein Ach du, dann kommt jeder Geh rüber Ähm Alter Ja? Das ist unser Bett Ja, aber kurz und frage, wie ist der Wie ist das? Ist das Mati? Hm? Ali? Ja, frag mich auch gerade Was denn? Hä? Hä? Ist das ein Hacker? Wie ist der? Wie ist der? Hä? Ist der mit Fly-Mode? Warte, ich muss auch So, ich musste mein Vater gerade eine Warnung zeigen Wegen einem Fehler Äh Wegen einem aktiven Programm Ok, gut, alles gut Alles gut Hä? Alles gut, Leute Komm hoch, komm hoch, komm hoch Da Die im Roten Die im Roten, die sind hierhergekommen Die im Grün Die im Großer Die Roten Nein, die Roten haben Nein, Jungs, ihr habt ihn bemerkt Scheiße, Jungs, der ist von einer Stunde bei euch rein Das war Das war so zwanzig So, bestimmt zwei Minuten, nachdem ich gesagt habe Nachdem ich gefragt habe, ob ihr euch irgendwas bemerkt Guck mal da, wo ich bin Okay Der hat hier dieses Ding So wie wir kämpfen Malte, ich flösche Gelb aus, okay? Kurze Frage Bitte? Nein, lass Grün auslöschen Okay Lass das Team Warte, warte, warte Lass das Team Mati, komm her Nein, mach mich kaputt Okay, Leute, lass Gelb auslöschen Lass Gelb auslöschen Vereint rüber zu Gelb Vereint rüber zu Gelb Ich hab keine Blöcke Warte Komm hoch, warte Warte, ich werde gleich weiter raus Tobi Hier, hier Zeit hat nicht genügend Jungs, ich bau doch ein Bett ab Kilti Ich bau doch ein Bett ab Scheiße Okay, wir kämpfen in der Bässe Wir kämpfen in der Bässe Wir kämpfen in der Bässe Warte, wir kämpfen in der Bässe Warte, kennt mich nicht, kennt mich nicht Leute, geht nicht nach oben Ihr wisst nicht, dass ich da bin So Ihr wisst nicht, dass ich da bin Tobi, du bist doch ein Arschloch Tobi, hab Ehre Hab Ehre, Tobi Mann, Tobi Tobi, du ehrenloser Mann, Tobi Mann, Tobi Wenn selbst dein Team-Kammerat sagt, dann ist es ehrenlos Dann hast du was falsch gemacht, Tobi Ey, Gelb ist alleine, Mati Ja, danke Tobi Jetzt interessiert mich auch in Scheiß Tobi, warte doch mal Ich muss eine krasse Ausrüstung geben Er ist alleine Tobi Er ist auf der Wanderung, Jungs Er wandert Ups, nimm das und das hier Er kommt Tobi, nimm vielleicht eine krasse Rüstung Jungs, er ist da Er ist in euch drinnen TNT schaffen Das ist eure einzige Hoffnung Okay Soll ich runtergehen? Soll ich aufs draufgehen? Der ist ganz dumm Warte, warte, ich kriege ihn runter Kommt! Er kann halt nichts machen Tobi, nimm dir mal deine Rüstung Ich habe gerade eine krasse Rüstung für dich gedroppt Jungs, Scheißer Mich dunkt Ihr werdet verlieren Weil ihr schlecht seid Tobi, wir können einen Haupt-Teleporter machen Ich hab keinen Ich hab keinen Warte, ich komm Halt den ab Halt den ab Was macht der denn die ganze Zeit, Digga? Was ist eine Mission? Tobi, Tobi Ah nicht, darf ich nicht sagen Push, push, push Ja, wir haben Tobi, Tobi Ja Tobi, Tobi Tobi Tobi, Tobi Tobi, Tobi Tobi, Tobi Tobi Wir haben gewonnen Hier, der ist ein Die sind die Besten Ja, wir machen die Krasse Rüstung Die sind die Jungs War eine gute Runde War eine gute Runde War eine Banger Idee War eine Banger Idee Dann können wir jetzt wieder Kord spielen Warum spielt keine Manger? Ja, ich muss gucken ob Core Stars Gut, schnell Team Rot alle Klappt nicht, ne? Ne Na gut Einer wird mein Team sein Einer wird ein Anderen Team sein Tobi Tobi, ich bin ein Anderen Team Tobi 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 Was hast du genau gemacht? Verkackt du mich schon wieder, Malte? Ich hab Kegel. Mal, was hast du? Ich baue Treppen. Ich hab Kegel, ich hab Kegel. Hör doch auf, hör doch auf. Ich will Treppen bauen, du Arschloch. Du, ich rede weg, ich hab alle Dias in der Welt. Ich hab ne Treppe. Und die ist so Treppen mäßig. So ne krasse Treppe. Habt ihr auch noch nie gesehen? Jungs, ich baue in der Treppe. Du, ich glaub ja auch in die Arschloch, okay? Immer. Jungs, du wie einer kommt mit deinem Korb. Diese Treppe. Alter, wir sind doch einfach. Treppenmeister, ich schaff es eh. Du bist Idioten. Jungs, ich geh jetzt helfen, ich geh jetzt angreifen. Leute, ich geh mal helfen. Ich werde gegen euch kämpfen, ich werde gegen euch runtergefallen. Ich wollte gerade sagen, ich werde gegen euch gewinnen, stimmt aber nicht. Ey, weil da ist gar keiner im Korb, was früher geht. Warte, ich bin gerade beschäftigt. Ich bin runtergefallen. Ja, Tobi, komm, 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 komm zum Sporn. Ist egal. Tobi, warte, warte, warte. Tobi, hier, hier, hier. So. Tobi, hinter dir. Hier, hinter dir, komm, jetzt in die Erasmus. Perfekt. Tobi, hinter dir, komm, jetzt in die Erasmus. Wofür? Habt ihr, hat uns. Hier, Tobi. Perfekt. Träumchen. Träumchen, mein Träumchen. Mein Gesicht ist ein hässliches Stück. Warte. Wenn ich müde bin oder wenn ich bei ihm bin, bin ich total fronty. Komm, wir gehen. Fronty die ganze Zeit. Mein, dir zwei Diamanter, komm. Ich komm, Diamant. Diamond Man. Diamond Man. Also, ich finde gar nicht so gut, dass ihr Diamond Männer seid. Hör doch, hör doch auf, Meite, hör doch auf. Ich will doch nur Holzschwerten. Holzschwerten? Meite, Meite, komm rüber. Ich lege, ich lege. Komm rüber, komm rüber. Ich lege. Ja, reden wir nicht drüber. Scheiße. Tobi, ich geh zum Chor, ich geh zum Chor. Ich geh auf Knopfler. Können doch keinen, komm. Hab ihn. Warte, ich geh zum Chor, warte, ich geh zum Chor, die Ehrenlose. Stech ihn ab, stech ihn ab. Warte, ich will nur Holzschwerten machen. Halt, geh weg. Ich war nur Holzschwert. Bei den anderen, bei den anderen. Bro, geh weg. Ich will doch nur Holzschwerten machen, Manno. Ich wollte noch nur Holzschwerten machen. Nein. Oh, ich wäre gerade fast runtergefallen. Ja, Warte, ich komme kurz her. Ich brauche meine Gehens. Ich habe Killstreak erreicht. Scheiße, ich muss. Als wenn du achter Killstreak hast. Ich habe meine wirkliche Aufgabe Killstreak geschlossen. Das ist traurig. Ja, ich meine, wenn wir dann mal sind, dann gehen wir jetzt hin, dann fahren wir gegenseitig unsere Kills ab, okay? Unsere Aufgaben, okay? Ja. Ja, Tobi, dann komm her. Dann Tobi, lass mich da. Tobi, hör auf. Tobi, ich kill dich. Ich kill dich, ich kill dich mit den Steinschwerten. Und dann nehm Malte, du killst mich ein paar Mal, dann kill ich dich ein paar Mal und dann war früher, okay? Ja, aber ich muss erst mal, ich darf, erst mal achtmal mit Tieraristung. Leute, Leute, Leute. Na ja, ich komm. Ich seh'n Tobi, ne? Ich tue nur so, als würde ich sie gehen. Ich kämpfe, okay? Okay, locker, locker. Gut. Warte, 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 Tobi, nicht mal die kill, nicht mal die kill. Tobi, nein. Ich tue dich gut. Ich kämpfe gegen dich, oh nein, ich hab mich getroffen. Scheiße. Ich warte ja der Brücke auf dich. Oh, ja. Wenn ich das Ding hab, okay? Dann darfst du mich killen. Ich kann ja auch gerne die Tieraristung dagegen geben. Ja, perfekt, ihre. Hinter dir. Oh, nein. Ich wundere mich. Du bist so ein Bot, Alter. Vor allem wie Tobi mich auch noch angreift, der tut mir so ein Schlechter. Gar kein Bock mehr, gar kein Bock mehr, wir spielen jetzt viel. Okay, ich vernichte dich jetzt einfach. Ey, Leute, ich hab den kill bekommen, Alter. Ich hab den kill nicht mehr bekommen, Alter. Traurig. Wir sind zu gut. Hab einen. Nur, dass eure Eltern sind Väter. Kannst du dich kurz zum Martin kümmern, den du abbaut? Das Arschloch. Martin, was ist das? Ich hab gewonnen. Ey, ich guck Tobi abbaut. Er war kackt auf allen Wegen. Ist aber auch eine Gabe, ne? AAH! Das war eine Katrinangebote. Martin, du bist absolut unlustig. Also geh weg hier. Hartgekür, Ehre. Ehre! Ich hab den auf. Ehre! Alter, ein Ehre, was soll ich tun? Ja, was anderes. Ich störe was auf. Ehre! So ein komisches Kind, Alter. So eine Familie, Mann. Ich hab's euch. Das hab ich mir vorbeigefallen. Das ist auch so. Ein classical Tobi. Ein classical Tobi, der fällt einfach vorbei. Mati, ey, oh, hier kommt der Schwitze aus der Untenheizung. AAH! Du schade, Mati. Hast du das? Ich muss coole Dinge tun, Tobi. Tut doch einfach weh. Ne, ne, ne. Ich hab schon Skill. Tut's doch weh. Ne, ne, ne. Boah, in den Sturm. Ich hab's gesehen. Tobi war echt unangenehm. Vielleicht bin ich mir noch runtergefallen mit F. Ganz große F. Guck mal, wenn da die Ange rankommt. Werde, Mati. Will ich mal eine Skru bauen? Ne. Mati, wir sind unter Teil hier. So schlecht, ne. Wir kommen jetzt hier rüber. Ah, deswegen hast du überlebt. Ich würd's nicht erst gut bespiegeln. Na ja. Tobi, da ist jemand anders aus. Ne, der ist nicht. Boah. Bist du dumm, ey. Ich bin runtergefallen. War sehr unangenehm. Bisschen, 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 bisschen. Hat's ein bisschen wie, was genommen oder so? Wurdest du zu baitet? Lösch dich, Tobi. Nein. Da war's ja auch im Buch. Ab zu sehen, Tobi. Sehr unangenehm. Nein, bitte. Wurdest du nicht. Ich hab's bisher noch nicht geschafft, 10 Blöcke vom Klaren wegzukommen. Ich kann doch runterfallen. Okay, gut. Lukas, servus. Servus, 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 servus. Am Morgen? Wir sind nicht genug Leute für Amorgen, glaube ich. Immer noch nicht. Perfekt. Servus, Lukas. Bei einem neuen Tag kriegst du wieder ein geiles Lied. Ah. So. Ich hoffe, du fühlst es. Ich bin so schlecht in dem Modi. Ich bin so scheiße, ne? Ja, aber sowas war's. Ich weiß auch immer noch nicht, warum du die kroatische Hymne willst. Ganz großer Video-Champ. Jungs, lass mich doch einfach. Ich will einfach Kim in den Holzschirm machen. Danke, Tom, Tom, Malte. Ich war auf, ich war auf. Elf, Kim. Nein, komm, Tom. Halt mir. Tobi, ich fall noch. Junge, leid ihr denn alle minderbemittelt? Tobi, ich fall immer noch. Ich setze mich ab. Tobi, weiß nicht warum ich aber auch falle, weil ich Goldäppel esse. Mann, Digga, ihr seid so dumm, ne? Ihr ist Goldäppel, während ich falle, um mein Tod zu rausgezogen. Das hat geklappt. Das trinkt gar nicht, das muss ja noch länger. Ich weiß, das ist so dumm. Mach ich trotzdem. Oh, ja, komm, ich bin angesprochen. Kommt. Oh, wo kommt der denn her? Ey, ich bin ganz... Ich schieße meine Eure Abo. Oh mein Gott. Skill, Jungs. Skill. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das ist echt giga peinlich. Guck mal rüber, 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 rüber. Jungs, Markus Ranz. Nicht Markus Ranz, sondern... Ganz kurz, ich hab jetzt... Ganz kurz. Ein Kill mit Steinschwert. Ist ja schon gut. Ich hab 12 Geld. Sorry, äh, sorry, Matthias. Sorry, äh, muss... Muss auch noch mit einkaufen gehen. Dann werde ich nachher nochmal... Oh, ja, alles gut, Marlon. Alles gut. Ich muss die Musik-Klein-Tinklauter machen. Ich mach mal ein Auto-Tisch. Ja, das ist ein Zeitlevel. Ich hab noch ein Klaus noch fertig. Mann, hör auf! Ich will doch nur Schreinschwert... Äh, Holzschwert-Kills machen. Ich hab nur einen. Ich hab ja schon, glaube ich, zwei Holzschwerte. Also, wo ab. Ich hab, ich hab, ich hab. 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 Sie kommen, Sie kommen. Da ist einer rüber gelaufen. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ey, wir waren nicht immer live. Aha! Der Boss, Jungs. Du bist ein rechter Korbelangriffen. Hab keinen Bock. Ich denke, du hast Bock, Tobi. Ja, bitte mal die Karte, um aufhören. Ja, mach, der Korbelang ist drin. Ich kann überhaupt anziehen. Tobi, schieb mir nicht runter. Ich muss dich doch nur mit Steinschwert kregen. Ich geh dann auch vom Korbel. Ah, du Einfach! Kurze Frage. Wurde ich meine Zaubungsflaschen? Leute, ich war richtig böse. Ich möchte nochmal sagen, ich muss immer noch einen Kill mit dem Steinschwert haben. Also mein KD ist 4 zu 15. Stopp. Nein, ich hab, ich übernimmt. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Komm, wir aufpassen hier. Ja, ja, ich bin schon dabei. Der ekelhaft. Hör auf. Hör auf, meine Lassen. Ich hab mir Kill. Lass mir die Jungs. Hör auf. Ich bin aufsteig. Ich bin auf eine Holzschwert Kill. Oh, Mann. Ich hab Kill. Glaub ich. Hey Jungs, ich hab Hack. Ich krieg keinen Schaden. Ich hab Hack. Ich hab Hack. Ich krieg keinen Schaden. Ich hab Hack. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab keinen Schaden gekriegt. Hä? Mann, die hält einfach schon wieder. Hä, Jungs? Kill Talk. Hä? Perfekt, Jungs. Drei, drei Holzschwert Kills. Zwar durch den Hack, aber das war's G. Das hab ich gesehen, Tobi. Darüber reden wir nicht, okay? Hä? Was hast du ja gerade gemacht? Achso. Alles, was wirklich gar nicht tun. Leute, ich bin zufrieden. Ich verzaufe deine Lederrüstung, okay? Reden wir nicht drüber, Tobi. Reden wir nicht drüber. Darüber bitte nicht reden müssen, nicht? Leute, jetzt kommt da der Typ über Zauberle Lederrüstung. Das kommt ja auch, wenn man eine Holzschwerte klaut. Oh, ich hab einfach zauberle Lederrüstung. Ich bin so ein Opfer. Ich bin ein Opfer vom Herrn. Ey, Gott, wenn er gespürtet kommt. Nee, Jungs, Tobi, lass mir Ruhe. Ja, der Schmutz kommt. Lass mir Ruhe, ich will eine Holzschwerte Kills machen, Romano. Ey, Gott, das war ein geiler Schott. Jungs, ich mach mich einfach traurig. Rettet mich vom bösen Allvater. Hab ihn. Kovacs, eh, Romano. Wisst ihr das eigentlich, wie traurig ihr mich macht? Mann, ihr seid zufrieden. Und ihr schafft trotzdem, euch zuzuhalten. Ich will eure Holzschwerte Kills machen, Romano. Dann mach das doch. Ja, aber ich bin zu doof dafür. Merk mal. Dann könnt ihr nur die Hex-Kills machen. Ich will mal anmerken. Ich hab immer noch eine Polis-Liege von KD, obwohl Mati im Gegenteil nicht mehr ist. Du bist ein Arschloch. Jungs, also 6, 6 zu 20. Gute KD, Jungs. Irgendeine Scheiße. Nein, ich mobb den. Mobbing ist nicht gut. So, konnte er gefallen. Nee, aber ich mobb ihn. Naja, ich mobb ihn, meint. Das ist gut. Mobben ist in Ordnung. Ich mobb den Lili-Butanabander. Nein, schau auf. Nein, Mann. Nein, ich will jetzt reing... Mann, ich will auch nur einen Holzschwertkill machen. Malde, kannst du kurz herkommen, dass ich noch ein paar Mal killen kann? Dann bin ich glücklich, okay? Ja, ich geh zur Handstelle. Dann können wir verstanden, dann machen wir so. Sorry. Ey, Mati, musst du aufpassen, hast du dir das... Ey, ich hab's gelackt, ist runtergefallen. Aha, Mann, ich alles kann, was ich... Oh, du bist so gut, ey. Mann, hast du so wenig Schaden bekommen. Ey, bin ich gar nicht gewöhnt, ich war total verwirrt. Hä, warum bin ich noch hier? Ich dachte, ich müsste jetzt zurücklaufen. Hä, wo kam das denn, Herr? Ich war total verwirrt. Alter, volles Erlebnis. Oh, nee, nee. Ha, okay, du bist nur... Bau ich noch mal ein? Ah, halt, ich hab mich geschossen. Scharf geschossen wird auf mich, Alter. Halt, halt, ein. Alter, hinter dir, hinter dir. Ja, doch... Ah! Ich renne durch die Base und gehe. Leute, Leute, Hilfe, Hilfe. Mati, hallo. Mati, grüß. Mati. Mati, holt's schwer. Du bist ein Ehre, Mann, Malte, danke. Mist, einen anderen in der Kill gehabt. Du bist mir selbst so scheiße, Malte, mit ihm. In der Mitte. Ja, das stört mich grad so wenig. Mann, hör doch rum, der ist mein Kill, du Arschloch. Ah, ich hab mal abgestaubt. Ich bin der beste Spieler. Ich muss mal kurz noch den Korb schützen. Ja, ja. Hab ihn. Mati, euer Teebel schuldig. Scheiße. Ah, heisst Fallenkämpfer. Ja, mach das mal. Oh, muss draufpassen, wie er da nicht zu hart Fallenkämpfer ist, das ist zu krass. Ähm, will man jemand vielleicht? Hab nicht so richtig Lust. Ich muss nicht. Er wurde ja von Anna abgebaut, stimmt ja eigentlich. Ah, ich hab ihn noch. Ey, will man, ich bin voll. Jungs, ich hab ja richtig Spaß, warte mal. Wie viel hab ich schon? Acht, Jungs, auch zweimal, Alter. Dann müsst ihr das Ganze wieder normal spielen. Ich geh wieder in die Mitte. Jungs, noch zweimal gehen. Ist das traurig, Jungs. Ist das traurig. Ich glaub, das war ein Pfand. Äh, ich wünschte, keinem wäre bei diesem Stream. Ob die Kanäle schon... Ja, das wär echt, das wär echt viel, das wär echt so viel nicer. Wenn, also wenn das Stream professioneller ist, weißt du, ich mein, also bedeutend besser. So wie jetzt, muss ich auch mal sagen. Im Vergleich zu damals ist das ja... Welten, weißt du? Och, hör doch auf! Du bist viel zu gut wie mich bist ich! Arsch doch. Ich werde... Entschuldige, Jungs, ich werde... Ich werde wirklich richtig wütend bei... Nur mal netten gehen, musst du dir verdienen. Ja, okay. Er hat eine voll lauer rote Rüstung. Ey, wie geht das? Ich habe bei Rüstung gedroppt. Ich werde... Ich werde... Ich werde... Die Anlidrigen, Mann. Die Anlidrigen. Ich werde wirklich... Im Kurs, werde ich wirklich ganz wütend. Ich geh in die Mitte, mach ich dir nicht. Nein, aber nicht so schlecht. Das sagst du gleich nicht, man. Gleich hast du Angst vor mir. Ja, die sind mir dann Angst vor dir. Aber gleich. Wo ist der Crap'n' Table? Wo ist der Crap'n' Table? Wom ist all das hier? Oh, das war ganz all das. Wir leben in Dolchock. Was ist das für mich? Ja, wer von sonst, sonst ist die lebende Enttäuschung. Danke, danke, danke Jungs. Ja, das heißt, wenn du so Jutraku mit wenn die Kränkern jetzt raufkommen würde, oder ich weiß nicht, ne? Mann, wirklich danke Jungs, warum bin ich schon wieder lebende Enttäuschung? Du bist mehr als die lebende Enttäuschung. Du weißt, du bist mehr als die lebende Enttäuschung. Die Enttäuschung ins Leben. Ich hab's niemals an den Pfeilen. Das ist so krass, was ich jetzt tue. Jetzt kommt noch eins gegen eins, Mann. Jetzt kommt noch. Aber nicht runterschießen. Weißt du eine Enttäuschung? Ist das dein Ernst? Nein, nicht runterschießen, das ist nicht fair. Nicht runterschießen, ne? Jungs, ist doch richtig losster Blauer. Der checkt gar nichts. Wollen wir kurz über deine Treiberquote reden? Jungs, ich geh jetzt, Mati. Abschlafen. Ah, der ist Elf. Das geht. Das geht. Alter Mati, du ekelhafter. Ja. Nein. Ja, Leute. Der eine hat keinen Knockback. Mati, der eine aus dem Team hat keinen Knockback. Ja, ist mir egal. Reden wir nicht drüber, Tobi. Reden wir nicht drüber. Der hat mit einbruchstum gegen mich verloren. Echt. Jungs, ich bin ja nicht so ein guter Spieler. Das ist immer... Gute Stück unter 3, über 3... Uuuh. Den verdient nicht mehr den Kill. Den verdient nicht mehr. Warte, warte, warte. Unfair. Ich war wirklich ganz wütend hier. Ich war ganz wütend hier. Ich spiel gleich Horizon Jungs, ich spiel gleich Horizon Hahahaha Hahahaha Es ist eine Überzahl Und ich hab gar nichts Halt, wir haben den Holz Häääh Hau da ich nehm den Tee an, wenn ich die Tohreise Aha Das tut, Alter Überleb, du isst Kill Halt Halt, ich haue Warte, 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 komm mit. Was ist das für mich lustig? Nein. Aber sowas von. Aber wie kommen denn hier durch? Wir haben ja runtergefallen, scheiße. Ich hab den einen Team gerade von euch gehabt, der war runtergefallen auf der Jagd. Ich hab mich nicht mal bemerkt, ich war tot. Ey, seid ist dein Team, scheiße, mein Mati. Wirklich. Ich hab noch drei Holzschwerter. Ich hab noch drei Holzschwerter. Ich hab noch mit Eisenrüstung bis auf eineinhalb Herzen runtergekickt. Mit Eisenrüstung am Team. Den gewann die nicht mehr! Das war schon traurig. Mati, ich hab schlecht. Schöne Grüße zurück. Allerherzlichste Grüße zurück. Äh. Ich hab noch zwei Holzschwerter. Jetzt kommt der jetzt ganz krass los. Ich muss umfassen. Also der ganze Zeit noch nie geht. Ein einziger Gehirn. Jetzt wird seine geheime Idee. Das passt in der Gehirn. Jetzt kommt es zum Porsche endlich. Ah! Ich bin da im Korb, kannst du helfen. Okay. Mati, Mati, komm! Ja! Ich hab den Kill. Ich hab den Kill. Der Boss, ich hab den Kill. Oh, bis die Meidung. Ja, ich hab die Meidung. Okay, killst du die Jungs immer nur gut. Ah, Jungs. Jetzt fühl mich gut. Jetzt fühl mich gut. Oh mein Gott. Na komm, ich hab Mati. Ja, geh zum Forscher, Jungs. Bin tot. Du bist so tot. Oh, scheiße, Jungs. Hat das so unangenehm. Ich denke, Mati, das ist so unangenehm. Weißt du das eigentlich? Ich bin so tot. So ein Slash-Crest. Bin ich geschafft. Scheiße. Perfekt, Jungs, Alter. Schreckliche Diamantenrüstung. Nee. Aber Pompi kriegen wir nochmal rüber. Mach ich ihn, Jungs. Ja, Mati, wir stürmen gerade alle deinen Chor. Ach so, ich bin gleich dabei. Okay, gut. Also, ich glaub nicht. Ich will mal 1 gegen 1,6 machen. Ich bin einfach viel schöner als ihr. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Ach so, das ist mein Team. Leute, ich hab gerade einen aus dem Team. Der ist einfach im Block runtergefallen. Ich konnte seine Füße hinten. Und der ist einfach nicht bewegt. Und der ist einfach tot. Er ist einfach nicht bewegt. Er hat gesagt, okay, ich akzeptiere. Ich hab 29 zu 26. Lass mich gehen! Schwach, wie du dich triffst. Ey, hab ich dich gekillt? Nein. Wo ist er? Na, er ist tot. Ich hab's genau gesehen. Ah, it's game. Oh, Gott, Mann. Meinten. Mann, ihr. Er pusht. Er pusht. Oi, oi, oi. Ich will mir auch passen hier. Oh, oi. Es wird besser als ihr denkt. Ich hab' gar keinen Bock. Ja, triff. Ich hab' gar keinen Bock mehr. Hört auf. Oh, Manu. Das war's ganz knapp. Warte, ich guck gleich auf das Elpläne nach. Melde mich beim Einkaufen. Erzähl, sag an, Manu. Sag an. Da kommt's dann. Junge, mach dir ruhig. Nein, du bist nicht sicher, warum ihr Haar? Ich überschiebe dir die, die Zauberleistung reißt du dich aus. Als die wilde 9. Ja, Mati, Digga, was ist du da? Was ist du da? Was ist du da? Na, Jungs, es ist so. Es ist so traurig. Gebetet, Junge. Einkaufen ist langweilig und der Stream, äh, nicht also, äh, während des Einkaufs. Einkaufen ist langweilig, der Stream, äh, nicht also, ich komm, äh, komm ich während des Einkaufs in den Stream. Da geht er ja. Wow. Man, das Team ist so beschissen wirklich. Wer? Ich? Na, Team. Wer? Wer lebt? Welches Team lebt noch? Eins. Welches Team hat gleich, welches Team, welches Team ist gleich weg? Eins. Bohnenkönig! Hab ich eigentlich einen Hint getroffen ab. Du sagst, war Kor? Weiter, ich geh, ich geh. Okay, aber ihr Kor ist auch, ihr Kor ist auch. Aber nein. Hier, rüber, 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 rüber. Geh, ne, ne, ne. Hast du? Hab. War, war, war es Mati? Nee, war irgendwie, war Coach Hacker. Ich bin auch, ich bin gleich, ich bin auch uneingefallen. Warte, ich fokuss mal, ich gucke auf der App. Mati, pass auf, ich körperleiste und mich der Killskips überlassen. Ja, pass auf. Warte, der ist wild unterwegs. Der ist wild unterwegs. Der ist wild unterwegs. Jetzt ist die wilde Sichtbreite. Der ist ein richtig guter Spieler. Guck mal, da kommt der, ich bin schon wieder angeschmissen. Wie? Jungs, die Skizze. Wie sie bis dato aussieht. Von, von, von The Force? Äh, ne vom ehemischen, vom ehemischen Hot, vom ehemischen Skinnyer. Fresh. Sehr, sehr, wirklich, wirklich, sieht gut aus. Gut, ne? Sieht wirklich gut aus. Warte, mach mal. Schön. Wirklich, danke, danke. Warten jetzt erstmal der Weile. Warte, warte doch, bis mein Skill wieder zuschlägt. Ne, oh schau. Oh Gott, war das traurig. Ey, wir haben auch weniger, jetzt können wir puzzeln. Warte, da ist jemand, bei uns an. Und ich bin bei euch, ich hab gewonnen. Also, ich kann weiterzählen. Wir sind bei, was gar nicht bei uns kann. Sehr gut, habt ihr gewonnen bei uns. Ey, musst du so nicht aufpassen, dass Matti sich mit Kittweg überrennt liegt. Achso, ihr habt ja gar nicht mehr. Das ist total heiß, ich treffe dich doch einer. Ne, der Brunkönig. Halt es, halt es. Ah, mein Gott. Die haben ich, die haben ich, die haben ich, die haben. Oh, nüger. Alter, Matti. Alter, du bist so ein Stück Dreck wirklich. Alter, du bist so ein Stück Dreck wirklich. Alter, du bist so ein Stück Dreck wirklich. Nachher Outline und eine Version davon anmalen. Okay, Outline habe ich schon mal gehört. Kursgibs, guten Morgen. Ich bin grad extrem beschissen. Kann sein, dass du nicht wirklich grad die Maus mit deiner Tatsache... Ist so wie immer. Hey, ganz kurz. Falls du denkst, falls du fragst, warum Hintergrundgeräusche sind. Ähm, mein PC war ein bisschen heiß und... Ich bin drinnen, ich bin drinnen. Okay, ich auch, ich auch, ich auch. War ab. Haben wir? Haben wir? Haben wir, haben wir, haben wir. Wort ab, Wort ab, Wort ab. Okay, wir müssen nicht darüber reden. Hör, ihr, ihr greift an. Das zählt. Das finde ich nicht gut. Gehst du einfach nicht ein, ne? Bau jetzt zu, bau jetzt zu. Bau jetzt zu. Dann, dann! Mann, das ist so scheiße. Ich bin das nicht fair. Ich bin das gar nicht fair. Ich glaub, wir haben gewonnen. Wobby. Alter, das war der finale Push. Nee. Okay. Piss nicht! Piss nicht, Fortnite! Nein! Ha! Jungs. GG, ich hab gewonnen. Gute Runde, gute Runde. Gute Runde, gute Runde. Gute Runde, Jungs, gute Runde. Ich hab gewonnen. Danke, danke. Tolle Runde. Das war die Folge, die war wirklich kacke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.